Elektrolyzer, da kommt Sulfur und Eisen raus. Wir kriegen dann eine Salpeter. Was war eigentlich das jetzt schon wieder? Die Maschinen blöckerweise, die sind ja vom Metafabrikator. Ähm. Ähm. Okay. Versagen wir den hier das Kabel ab. Versagen wir den jetzt einzig und allein von dem da. Vom anderen MFE. Seffiziente ist praktischer. So. Also war alles für ein Ei. Ich hoffe, dass wir wenigstens schon mal wieder one. Titanium gemacht. Aber nein. Natürlich nicht. Und Titanium kriegst du eigentlich fast nur auf diesem Weg. Wir haben ja noch nicht herausgefunden, dass das geht. Äh. Also die Titanium ist jetzt erstmal eh wurscht. Was über Prater 30. Holzkohle und äh. Schöne. Ah fuck. Schon wieder falsch gemacht. Na. Wieder falsch. So. Ich brauche was ruhig. So. Und das brauchen wir dann. Chocolatast, Salpeter, Salpeter und Sulfur. Die Frage, wie viel Salpeter wir haben. Äh. Und vor allem, wo wir Salpeter rauskriegen. Also auch ein paar Daumen sogar noch. Das ist. Geil. Ah Salpeter ist. Das ist schon mal das Ohr näher. Das ist Salpeter nach meiner Beschriftung. Was ist dann Sulfur? Keine Ahnung. Was machen wir mit Pyrite eigentlich? Wo muss ich das nachhauen? In Elektrolyzer kommt Sulfur und Eisen raus. Kann man wirklich dann jetzt Salpeter? Das kriege ich aus dem Neider Ohr. Ah okay. Also Sulfur kriege ich aus Pyrite. In Elektrolyzer da neu hauen dann. Ja schon. So. Nur was mache ich dann jetzt großartig damit. Ich brach prinzip ja immer nur Salpeter für den Schmarrn. Aber ich den herkriege weiß ich immer noch nicht. Was immer Sulfur und. Aber wo kriege ich Salpeter her? So. 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 das galina war ein silber oder scheiße salpeter 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 her Ohne Scheiße zu grillen, Scheiß Salpeter, ja. Das stelle ich mir jetzt echt gerade vor eine ziemliche Bredouille. Vielleicht geht er auch Sal, Salfried. Das weiß ich jetzt nicht, aber... Ach, Sulfo Brajano! Okay, Sulfo, krieg ich auf die Haut nochmal, das ist ja klar. Also Sulfo müsste ich ja eigentlich da haben, oder? Ich weiß auch noch, ob ich Salpeter irgendwie drauf habe. Ich hab kein Sulfo und kein Salpeter. Jetzt im Ernst! So. Warum da unten Lava sehen? Da weiß ich, dass ich das Sulfo kriege. Meine Frau ist ja wirklich Salpeter noch her. Das ist echt ein Problem. Wir brauchen drühen, wie es jetzt schon. Aber haben... Weiß ich nur da. Haben scheine ich ihn ja nicht zu tun. Alles deutsch. Ja. Fast so gut wie Oettinger das Englisch. Äh... Ja, so am Sulfo muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Aber... Jetzt ist Salpeter her. Das muss ich nicht... Ich hab da erstmal frei mal schnitt Google. Salpeter... ähm... Ft... B... In... Deserts. Ähm... Ja. Ach, Salpeter ist in einer Wüste. So, Salpeter Ohr. Seriously, die Wüste. Das wäre natürlich jetzt ziemlich nice, weil wenn wir was haben, dann ist das ja eine Wüste. Und da fliegen wir jetzt einfach schnell hin. Also angeblich soll man hier Salpeter Ohr in solchen Bergen finden können. Quasi im Sand. Warte mal. Machen wir hier schon die Baut. Kann es jetzt dann wahrscheinlich eher nur schon schlecht umwechseln. das wäre wahrscheinlich nicht finden wenn es überhaupt im berg ist es ist wirklich oder schauen wir nochmals so gott hat das ja alles scheiße aus so kann power so vor salpeter hat doch scheint man tatsächlich in der wüste zu finden genau das was ich suche dieses salpeter ohr was ist das denn jetzt lol aber ich finde keins ich finde kein salpeter scheiße ist das denn immer an der sanz jetzt hier mitten in der wüste ja ist es ist klar kein problem aber wir haben kein salz also kein salpeter schon klar was dieses da ok das sind irgendwie grafikfehler wir haben einfach kein salpeter oder ok das heißt gar ein paar da müssen wir dann doch suchen heiße brauchen monster ach komm das ist doch scheiße mal ganz ehrlich ja einfach nichts ist vom hauptsache warte mal die teile in sortex einfach mal gekonnt wahrscheinlich spielen müssen spieler na ne dauert noch dann so jetzt ist wahrscheinlich abschmüllen hat zu railcraft Leute sind mir vorher nie aufgefallen aber nachdem ja in sortex salpeter noch offensichtlicher ist jede schaut so aus schaut aus die felsen mir das heißt wir müssten es eigentlich ganz gut finden theoretisch praktisch gesehen tun wir es nicht also es ist bei sandblöcken nach wiki und da ist es jetzt irgendwie ja nicht hat man ja haben wir also pech müssen uns den ganzen kram ist selber zahl holen